Hallo und Willkommen. Im Video über konstruktive Disruption habe ich Folgendes gesagt. Die Lehrenden scheiden nahezu komplett aus. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es kaum Lehrende, die sich von sich aus als Treiber der Digitalisierung hervortun. Eine Begründung oder nähere Erläuterung für diese Aussage habe ich aber nicht geliefert. Das möchte ich jetzt nachholen, denn die Aussage scheint auf den ersten Blick ziemlich gewagt und sehr pauschal. Schauen wir uns dazu die Lehrenden und ihr Verhältnis zur Digitalisierung der Lehre einmal an. Aus meiner Sicht gibt es zwei Gruppen. Die Macher und die Nichtmacher, wobei Letztere je nach Aktivität in zwei weitere Gruppen unterteilt werden können. Die Macher sind diejenigen, die die Klaviatur der Digitalisierung der Lehre vollständig bedienen können. Sie erzeugen die benötigten Elemente selbst, sie konzipieren digitale Lehre auf verschiedenen Digitalisierungsstufen mit all ihren Komponenten und Szenarien und verfügen über das dazu benötigte Know-how. Sie können als Vormacher auftreten. Sie können je nach Unterstützung zu Schrittmachern werden. Und manche von ihnen sind sogar Fitmacher, die ihre Kolleginnen und Kollegen oder ihre Institutionen mit Geduld in der Digitalisierung der Lehre unterweisen. Es gibt sie also, Lehrende, die ihre Lehre digitalisieren. Doch sind dies kaum Treiber, sondern eher Ausnahmen, Insellösungen oder wie in den Thesen des Hochschulforums Digitalisierung von 2015 genannt, Subsysteme ohne institutionelle Unterstützung. Also ein sehr kleiner Kreis. Diesem steht der viel größere Kreis von Nichtmachern, um bei der Macherterminologie zu bleiben, gegenüber. Einige betreiben das Nichtmachen sogar sehr aktiv. Diese Verhinderer berufen sich auf Datenschutz, nennen soziale Vereinsamung und die großen Gefahren der Internetnutzung als unüberwindbare Hürden. Kurz, sie verteufeln nahezu alles, was digital ist. Sie treten als Miesmacher auf. Sie schüren Ängste und Panik und versuchen, wo es nur geht, die klassischen Methoden hochzuhalten. Die zweite Gruppe von Nichtmachern sind eher passiv. Sie versuchen, die Digitalisierung der Lehre so weit wie möglich zu ignorieren und hoffen auf bessere Zeiten. Sie propagieren die großen Erfolge der klassischen Lehre, die ja seit Jahrzehnten gut funktioniere. Tut sie das? Manche von Ihnen spielen das Digitalisierungsspiel sogar notgedrungen mit, indem sie klassische Methoden digital anreichern. Einige von Ihnen machen das sogar recht aktiv, setzen aber bisweilen aufgrund fehlender Kenntnisse aufs falsche Pferd, zum Beispiel auf Vorlesungsaufzeichnungen. Der größte Teil bleibt eher passiv und beendet das Thema Digitalisierung oft mit dem Satz, das kommt für mich und für mein Fach nicht in Frage. Treiber aber sind alle drei Gruppen nicht. Die Machergruppe ist zu klein und die Nichtmacher, nun bei Ihnen ist mehr als fraglich, ob Sie eine weitreichende Digitalisierung Ihrer Lehre überhaupt wollen. Und ein Problem haben Sie alle. Wie sollen Sie das schaffen? Haben Sie überhaupt die Zeit für die Digitalisierung Ihrer eigenen Lehre? Also die Zeit für die Erstellung digitaler Elemente, die Integration digitaler Szenarien und möglicherweise die Zeit für die Planung und Erstellung von digitalen Tests? Die Antwort lautet Nein. In meinem Buch Patient Hochschullehre habe ich das ja bereits nachgewiesen. Daher hier nur kurz. Ein Hochschullehrer an einer deutschen Universität hat in der Regel acht Semesterwochenstunde Lehre zu übernehmen. An Fachhochschulen ist das noch viel mehr. Das heißt für diesen Hochschullehrer pro Jahr bei zwei 15-wöchigen Semestern 240 Stunden Präsenzlehre. Da die Lehre ja auch gut vor- und nachbereitet werden sollte, setzen wir auch hierfür 240 Stunden an, also 480 Stunden insgesamt im Jahr. Nur für die Planung und Durchführung der Lehre. Dazu kommen noch weitere lehrbezogene Aktivitäten, sodass am Ende mehr als 1000 Stunden jährlich zu veranschlagen sind. Schenkt man der groß angelegten Studie von Jakob und Teichler von 2011 glauben und es gibt keinen Grund, dies nicht zu tun, weiß man, dass Hochschullehrer nur 26 Prozent ihrer Arbeitszeit der Lehre widmen. Das gibt aber weder bei einer 52-Stunden-Woche, die Hochschullehrer nach eigener Einschätzung pro Woche tätig sind und erst recht nicht bei einer 40-Stunden-Woche einen Wert, der ausreicht, um die Lehre vernünftig durchzuführen und schon gar nicht, um zusätzliche Digitalisierungsmaßnahmen einzuleiten. Mit anderen Worten, Lehre haben gar nicht die Zeit für eine umfassende Digitalisierung der Lehre. Daher ist meine Aussage, sie können keine Treiber sein, schon allein aus dieser Perspektive heraus korrekt. Die Digitalisierung der Lehre klappt also nur, wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, zum Beispiel die Zeit, die Hochschullehrer für die Forschung investieren. Dazu bedarf es aber einer Neuausrichtung des Stellenwertes der Lehre an den Hochschulen. Daher die dringende Bitte an die Hochschulleitungen und die Politik, wir benötigen mehr Zeit und mehr Wertschätzung für die Lehre, so dass es attraktiver wird, sich mit Lehre im Allgemeinen und digitaler Lehre im Besonderen zu befassen. Lehre, und das ist die zweite Bedingung, muss ein Qualitätskriterium werden und schließlich die dritte Voraussetzung. Es sollten die Macher explizit gefördert werden, so dass sie zu Fitmachern werden und als Mutmacher die bisherigen Nicht- oder Falschmacher ins Boot bekommen. Wenn das alles klappt, dann können endlich auch die Lehrenden in größerer Zahl zu Treibern der Digitalisierung der Lehre werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.